Das hätte ich mir ja auch sagen können, dass hier nicht runter geht. Da ist so ein Seil. Da muss ich rüber. Ach, da muss ich rauf. Hm, was ist mal feiert? Niemand geht. Das habe ich auf japanisch von dem Absturz gehört. Das Ritual aus dem Mikros gab. Was interessiert mich da jetzt so daran? Schnell noch irgendwas mitgenommen. Wie nett. Es ist heiß hier. Die sind viel zu schnell. Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube nach oben. Scheiße. Oh nein. Ich komme jetzt erstmal hoch. Wow. So ein Pitter. Oh, ich sehe hier fast kaum... Kaum was. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann Sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörderdoktor. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich, äh, ich passe hier auf. Ruf mich, wenn Sie sicher sind. Da stimmt doch irgendwas nicht. Was ist das? Ich saube, du verstehst mich. Das ist etwas Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du willst. Himikos Blut fließt durch deine Habe. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre Mörderdoktor. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Den selben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich, klar. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri. Bewache sie mit deinem Leben. Das ist leicht. Fertig. Oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie ist denn hier immer wieder rauskommen? Wir müssen los bevor er zurückkommt. Windman. Windman. Und so leider ist er. Der ist ein Verräter. Lauf, Mara, lauf! Zurück! Zurück in den Dronter! Schieß, schieß! 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 Die ist die bescheuert. Lauf weiter Sam! Ich komm schon irgendwie raus! Die war auch schon raus, ne? Die war auch schon raus, ne? Ich glaube, ich bin. Krass. Jetzt echt eine Necklatsche. Kacke. Der ist tot. Aber wir kommen dann auch. Boah, was soll ich denn die in der Seite gehen? Oh, schau. Der ist glaube ich mal. Ich glaube hier bricht bald alles aus Was ist das? Ich dachte das ist jetzt schwer Nette Anzüge Habt ihr da Ist noch schöner als nachladen und raus hier Oh nee Das ist gut Ob Das war nicht mehr in Absicht Alle kommen auf mich zu Wollt ihr mich verarschen? Noch mehr von euch? Euer Dorf brennt hier nieder und ihr schreit nur alle um Du willst mich doch verarschen So Ist das so anstrengend? Wollt ihr mich total verarschen? Oh der brennt noch Aber ich brauche das ganze Material Das war genial Super Los alle Findet die Auserwählte Alter Der Mg Alter Die Wichsern Der hat hier ein fettes Mg Alter Die ist so blöd zum schießen Das war's mit dem Versteckspiel Was ist denn das? War zu langsam? Schade Das ist geil, das M.G. Das war's mit dem Versteckspielen. Los schnell, los, nimm ihn, nimm ihn. Hab ich doch! Scheiße, ich weiß nicht was ich falsch bin. Was mont' das jetzt? Ach so geht das. Nimm den auch mit, der ist cool. Oh, mit ein bisschen Klebeband hingebastelt. Kann ich auch die Türen hier aufspringen oder wie? Cool. Ja, alle. Was kann ich auch? Ich werde sie schnauern in der Nähe. Schau zu der Nähe. Aber... ... ... ... ... ... Scheiße. Ne, der explodiert nicht. Alter, die waren doch grad vorhin weg. Ich dachte, die wären tot. Jetzt bin ich tot. Egal. Ich habe mein Leben. Paar Leben. War das so. Keine Ahnung. Ja, egal. ... ... Aufmachen. Lauf! 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 Lauf, ihr! Lauf, ihr! Ich ziehe euch alle! Lauf, ihr! Woher hat sie das Ding? Woher hat sie das Ding? Ich habe es gekauft bei Ebay. Krass. Krass. Fuck. Ja, ich. Nicht. Was darf er da? Ne, voll rein. Wir haben Panzer und alle die Scheißlöcher da oben. Nach einem Magazin ist er auch mal tot. Schön. Finde ich toll. Lagerfeuer. Jetzt habe ich voll viele Punkte. Fähigkeiten könnte ich auch irgendwas lernen. Jäger. Meistern. Jawohl. Halt! Ich war noch nicht fertig. Was habe ich jetzt hier? Einen Bogen kann ich da was Neues machen. Alles gemeistert. Alles gemeistert. Ich rutsche in der. Mach ich das noch. Und das noch. Dann ist die auch mal fertig. Habe ich noch 200 Punkte. Hier passt nichts mehr. Doch hier, lass da. So. Wo muss ich jetzt hin? Da hoch. Sind sie weg, die Typen? Boah, da brennt alles. Es ist sehr heiß hier. Oh man, keine Heizung mehr. Heizkosten sparen. Achso. Naja. Brauche ich wieder mal einen tollen Granatwerfer. Wer ist da? Lauf! Running bitch. So, nehmen wir hier alles mit. Die Zeit muss sein. Ach, hier muss ich raus. Kommt her! ich schieße hier alles mit die ganze muni kann man alles gebrauchen so geht das für einfacher wo sind die wo ist denn was Was?! Ich geb' den Headshots. Ah, das sind das viele, viele. Ich brenn' noch nicht. Oh, hier, jetzt. Willst du mich verarschen? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Scheiße, woran wir denn hin? Etzer, endlich. Das ist ja hier anstrengend. Nimm mal bitte das MG da. Kann ich nicht nehmen, nur toll. Ich brauch' Muni für die Waffe, sonst kann ich die nicht mehr nehmen. Noch so'n tolles Geschütz. Äh, ich glaub' das ist Prinzin. Boah. Boah, der barrert hier alles zusammen. Hüpf, hüpf, hüpf. Was machst du denn? Jetzt weck mich bloß im Arsch. Der schießt immer noch. Kannst du noch mal? Alter, der... Das ist ja ein... Geschütz für uns. ...und... 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 Scheiße, ich hab' den nicht gebraucht. Scheiße, ich hab' den nicht gebraucht. Ja! Ich hab' meinen Anadwürfe hier noch. die ausländlich der Scheißdinger nichts außerdem wenn ich nicht ich bin kann nicht nicht in Helikopter wie so nachts sind wir erst mal die Monument so endlich weg hier das ist schon praktisch da das Teil da kann mich überall hoch nee jetzt darf ich um mein Leben rennen es ist ein fuck nein ich bin noch nie schräg gekrabbelt schnell weg hier bevor hier alles was ja das musst du dem jetzt sagen hey der ist ja hergekommen was was nicht was war das wieso ist die zurückgehend das ist nicht schön überhaupt nicht ich fliege halt falsche Taste oh vollen Kopf spring spring daneben scheiße scheiße noch mal oh fuck oh nein unfass ja der hat 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 einen dick schädel wo muss ich lang hier sind überall fässer das macht mir angst was war denn das jetzt alles aber nicht in mir gekommen das habe ich verstanden was klug hat er what the fuck wo renne ich überhaupt hin boah diese kletterte die immer höher das ist dynamin wow heiß das ist nicht toll wo muss ich hin falsche Richtung ich muss nicht runter ja ich muss hoch oh das bricht hier alles auseinander ich hab dich fest du sollst doch rüberhüpfen oh hüpfen oh das bricht hier alles raus hu hui hier wir stürzen hier eh wieder ab oh running 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 go yeah oh